So hallo zu einer neuen Folge The Forest, das Wäldchen. Ich habe in der letzten Folge gesagt, dass wir jetzt was essen gehen. Und das tun wir auch. Wir nehmen nämlich einmal unser... Ja, komm jetzt nehmen wir meinen Skin davon. Richtiges Fest, mal jetzt hier ein ganzes halbes Reh. Und ja, wir warten jetzt... Ups, hallo. Also, bis das hier fertig ist, dann freighten wir das Reh. Und dann suchen wir mal nach Rope. Oder nach einer Axt, besser gesagt. Oder ich suche den Strand oder die Absturzstelle. Oder was kann ich noch alles suchen. Und ich habe mir so überlegt, okay, ich probiere jetzt mal aus, was das ist. Kuh. Hallo? Hallo? Okay. Jetzt ist es immer noch 100%. Hallo, hallo? Hallo? Schalom. Ist hier mal da. Anscheinend voll nicht. Alles klar. Ähm, ich spiele auch eh nur mit Singleplayer. Aber egal. Es kann ja sein, dass einer von den... Ureinwohnern auch nur ein Walkie hat. Aber gut. Ähm, ich bin jetzt wieder voll... ...geenergized. Ich gehe jetzt mal da hoch. Mir reicht's jetzt. Ich bin jetzt hier voll der Harte und gehe da jetzt hoch. Aber gut. Ähm. Da liegt noch ein Baumstamm. Wie der auch immer da... Achso, das bin immer noch ich. Mann, 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 Mann. Wie auch immer da ja hinkommt, der eine Baumstamm. Aber naja. Was soll's. Ähm. Den da wieder rein. So. Aber jetzt gehe ich da mal hoch. Ich hab doch genug... Genügend dabei. Ne, ja, ja. Und gleich finde ich hoffentlich wieder Köfferchen. Irgendwo am Strand oder so. Wenn ich den Strand... Achso. Wenn ich den Strand finde. Hm. Ich bin jetzt hier im Wald etwas ruhiger. Weil ich... Ehrlich, jetzt renne ich wieder zurück. Naja. Weil ich halt ein bisschen hören muss. Oder möchte. Äh. Ob jemand da ist, dem ich nicht begegnen möchte. Okay. So. Jetzt bin ich leer. Und, äh, joa. Jetzt aber mal. Sorry. Äh. Ich hab ja gesagt, ich bin immer noch etwas krank. Oder kränklich. Hallo. Hast keine Angst. Wollte ich dir gerade mal sagen. Nee, gespeichert hab ich... Hab ich ja gerade eben. Fällt mir da rein. Ich renne jetzt auch nicht wieder zurück. Okay, okay. Ah, das wollte ich nicht. Genau, das wollte ich nämlich gar nicht. Kann ich irgendwie aufnehmen? Nee, kann ich leider nicht. Alter. Alter, mit Essen bin ich echt hier versorgt. Mal hatten wir hammermäßige Essensschwächen. War das gerade ein Frosch? Nein, das kann nicht sein. Kann man das essen? Nein, kann man nicht. Ich hab wieder... Ich hab wieder... ...n... ...snick. Ein Snick gesnackt. Okay. Ich bin jetzt im Moment gerade ein bisschen ruhiger, weil halt gerade wenn ich nicht gerade so auf die Umgebung achten muss, muss ich ja auf die Umgebung... ...das ist doch ein Frosch auf die Umgebung hören. Der geht einfach nach unten los. Läuft bei dem. Okay. Dann sag ich mal so, ich geh mal weiter, ne? Oh Gott, ähm, okay. Jetzt fängt auch wieder an zu regnen. Das passt perfekt. Denn... Ich bin ja gerade im Wald und... Wieso nicht? Ne, also... Also ist doch schön, wenn's regnet. Wer ist denn hier nicht schöne... Wer ist denn hier nicht gerne im Wald, wenn's regnet? Also... Null Probleme. Ähm... Wadam bam bam bam. Achso, ich bin ja eh voll. Genau, jetzt bin ich wieder hier oben, wo ich schon mal war. In einer der letzten drei Folgen, glaub ich. Oder in einer der letzten vier Folgen, ich weiß es grad noch nicht. Wollte ich grad mal sagen, die kann ich ja glaub ich wieder mitnehmen. Diese schönen... Ach ja. Diese schönen Pflanzinis. Ähm... Da unten ist wieder. Diesmal aber wirklich nur noch einer. Genau, diesmal nur einer. Obwohl, was ist das da hinten? Ich fühl mich, glaub ich... Das war wieder der Sound. Und gleich einfach von hinten wetten. Okay. Ich fühl mich, glaub ich, einfach viel zu sicher. Ich glaub, ich bin wirklich nicht so sicher, wie ich mich fühle. Oh Gott. Ähm, okay. Dann... Ach ja, ich bin ja immer noch voll. Mann, ich vergesse das immer. Ähm... Ähm... Springen. Ich wollte ja eigentlich nur, äh... Rope suchen, genau. Das war eigentlich meine Absicht. Hier lang zu rennen. Wie so ein... Keine Ahnung was. Was ist das denn hier? Okay. Ähm, naja gut. Ähm... Also irgendwie sieht der Wald irgendwie auch schon viel schöner aus. Mit so vielen Tieren und... Blättern und... Blättern und... Menschen... Menschen... Okay. Und Menschen. Ich hab den jetzt nur zerhauen, damit die nicht mehr Blut von ihm... Ach, das war ich. Kein, äh... Blut von ihm kriegen. Damit die... Ach du Scheiße. Damit die nicht gestärkt werden. Oh, ich bin hier... Mitten... Was ist das? Was ist das? Also... Das wird schwer, sich... Zwei gleichzeitig zu stellen. Also, die ist schon offen. Wenn die beiden jetzt wirklich herkommen sollten. Die ich gerade eben da gesehen hab. Ja, genau. Genau, 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 genau. Ist aber jetzt nur einer. Komm. Frieden. Wir machen... Wir machen ein Team, okay? Du und ich. Du bist mein... Bodyguard. Und wir machen ein Team. Okay? Ganz ruhig. Ganz ruhig. Nein, wieso rennst du jetzt weg? Ich hab Angst, dass er gleich... Auf einmal einfach wiederkommt. Ich weiß, ich bin in deinem Dorf. Das darf ich nicht. Das heißt, ich geh jetzt mal... Raus, wenn ich nicht herumbacken würde. Okay, danke. Wow, war erst mal einer. Und der ist wann? Dings, okay. Ich bin hintenrum abgehauen. Alles klar. Nichts passiert. Hätten mich niemals angegriffen. Ja, gut. Ähm, wo ist unser Haus? Da hinten. Wie wir uns einfach entfernen von dem Haus. Aber gut, ähm... Ich glaube, wir rennen schon eine ganze Weile einfach entgegengesetzt der unserem Haus. Die Folge heißt einfach nur Welterkunden oder so. Bin schon wieder in so einem Monografie gelaufen. In so einem Gebiet, wo die wohnen. Nein, ich will euch nicht schlachten. Ihr könnt in Frieden leben. Ich glaube hier... Ja. Ja, hier ist das Meer. Hier ist das Meer. Geil. Ich glaube, ich habe das Meer gefunden. Wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche. Müsste... Da unten irgendwo das Meer sein. Also das Meer ist ja schon da. Ich meine halt, der Strand. Oder? Ach so, ich kann nicht mehr sprinten. Hm. Doch. Ja, ich habe... Geil. Bin ich gut oder bin ich gut? Mann, habe ich es geil. Okay, äh... Hä? Mann, habe ich es geil. Mann. Also... Da hinten ist einer, läuft. Ich habe voll den zerkratzten Hals. Komm her. Komm her. Der hat uns mehrmals erwischt. Jetzt haben wir noch drei. Kann man die jetzt eigentlich neuerdings zerschlagen? Nee, ne? Nee, kann man die irgendwie... Man kann die bewegen. Ähm... Äh... Äh... Ich glaube, einen soen Hai nehme ich mit nach Hause. Nein. Ähm... Tennis bei Bräunen nicht. Ich glaube, mit zwei kann ich es aufnehmen. Wenn ich nicht so einen gefickten Husten hätte. Oh Gott. Gut, da laufen beide in den Felsen. Ja, hol das Pädelchen. Ja, komm her. Komm. Komm. Komm, schlapp doch mal. Gut, der ist tot. Okay, der auch. Oh Gott. 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 Okay. Okay. Okay, okay. Ich kann kotzen, echt. Mann, nur Meter. Ähm... Ähm... Gut, ähm... Das heißt... Alter, wie... Wie ich einfach mit zwei fertig geworden bin. Ich habe keinen Körper mehr. Eben. Ja, mit. Einem Schlag einfach zwei Koffer aufgemacht. Das... Die Jacht ist hier nicht, ne? Ist das Schiff. Äh, das Schiff. Das Schiff. Na ja, gut. Ähm... Ähm... Das hier noch... Ich glaube, ich mache hier noch so einen Marker hin oder... So. Oder auch so ein Hauszeichen. Obwohl, ne, kein Hauszeichen. Ach, die gute Axt. W... TF. Ja, hier sind auch viel zu viele Rocks. Also, hier ein Haus zu bauen, wäre jetzt auch sehr dumm. Alter, ich komme hier nicht mehr raus. Ich meine einfach, okay, ne? Wenn ich Boost trinke, geht das runter. Jetzt bin ich hier so ein bisschen beworfen. Die ist langsamer, aber dafür stärker, glaube ich. Ich will doch nur Rope haben. Nur ich will doch nur Seil. Oh Gott. Gott sei Dank hat der mich gerade nicht gesehen. Okay. Naja, gut. Okay. Ich bin im Schwimmen fast genauso schnell, wie die Dings im Fliegen. Und ich kann schneller rennen, als Möwen fliegen. Möwen fliegen hoch. Nein. Ähm... Trink. Da ist die Yacht. Geil gefunden. Ich glaube, das ist die. Bitte lasst euch einfach eine Flairgun drauf sein. Nein. Äh... Rope auf jeden Fall. Haie sind ja auch nicht weit und breit... Weit und breit. Weit und breit sind auch keine Haie zu sehen. Hallo? Ja, genau. Oder so. Leider ist das Schiff noch etwas verbackt. Oh Gott, ey. Ich hab... So ein G... Dings im Husten. Da ist ein Skull. Rope. Aber noch kein Seil. Ey, das ist doch... Wieso gibt's hier auch kein Seil? Das ist doch scheiße. Äh, hä? Fall nicht runter. Da. Ja, jetzt hab ich... Seil gefunden. Warte mal. Genau, schon zwei. Ich dachte grad, hä, ich hab doch noch eins. Also, das muss man erst kombinen. Wie geil ist das denn? Ich hör mir jetzt mal an. Yeah. Jetzt haben wir wieder Musik. Kann ich das halt nicht auch mitnehmen? Geil. Wir kommen halt nur nicht wieder raus. Aber egal, dafür haben wir Musik. Dann stellen wir halt einsam auf dem Schiff. Aber dafür haben wir Musik. Auch unter Wasser. Hört sich dann zwar ein bisschen anders an, aber wir haben unter Wasser Musik. Das muss ich mir noch kurz einmal hier ein Stick-Dings machen. Und zwar genau hier. Ach, nee, halt. Ich mach das auf der Seite. Obwohl, das mach ich... Das mach ich in der nächsten Folge. Das heißt... Äh... Bis zur nächsten Folge... Ich bleib diesmal hier. Bis zur nächsten Folge... Haut rein, Leute. Obwohl... Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß es gar nicht. Weil es gerade so scheißens dunkel wird. Darum. Darum meinte ich... Alter, wie das hier einfach funkelt. Okay. Ähm... Ich mach den hier noch. Und den hier nehm ich noch. Dann... Nehm ich das hier noch mit. Ich mach jetzt nicht einfach so ein scheiß Ding. Ist mir jetzt egal. Ähm... Ähm... Wo ist das? Wo ist das? Wo ist das? Finde das. Gibt's doch nicht. Wo ist das? Da war's. Jetzt haben wir da einen schönen Marker. Jetzt ab nach Hause. Wir haben auch nicht mehr allzu viel Zeit. Geil. Jetzt nimmt doch sogar die Axt wieder in der Hand. Ich sprinte jetzt einfach wieder nach Hause. So. Alter, mein Hals. Der ist so trocken. Ich rede immer so wenig, weil... Je mehr ich rede dann... Desto mehr... Äh... Hab ich dann dieses... Kratzen im Hals. Darum. Oh Gott. Naja gut. Ist jetzt egal. Alles was ich finde ist sau egal jetzt. Ich trinke jetzt einfach noch kurz ganz schnell ne Soda. Damit die Fügel ich wieder voll voll bin. Ach so hell ist das wahrscheinlich nur weil da grad einer ist. Mit einer Lampe auf dem Kopf. Die Krasette ist jetzt auch zu Ende. Alter. Wir haben uns so weit entfernt. Von unserem Zuhause. Wir müssen dann einfach wieder sau schnell zurückrennen. Gut. Mein Handy mit dem Timer hat sich jetzt auch verabschiedet. Das heißt, ich hab jetzt auch keinen Timer mehr. Beim letzten Mal waren wir bei 25 Minuten. Weil ich hab mein Handy mit dem Timer. Das Handy ist jetzt leer. Läuft bei mir. So. Jetzt hab ich keinen Timer mehr. Okay. Das heißt, ich renne jetzt einfach nur nach Hause und mach dann Schluss. Äh. Äh. Waren wir so nah am Strand. Ich habe... Wie lange hab ich jetzt gebraucht, um dahin zu gehen? Bisschen Aufwärmen hier. Okay. Ich hab auf jeden Fall 25 Minuten nachkommen. Ist halt ein bisschen kützere Folge. L drücken. Und Z drücken, schlafen und gleichzeitig speichern. So. Ich drücke jetzt einfach nochmal C zum Speichern. Und sage dann... Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Ich entschuldige mich noch einmal für meinen Husten, dass ich einfach so... Erkränkt bin. Aber dafür kann ich halt leider nichts. Sonst würde ich ja schon längst wieder abgestellt haben. Das nervt einfach. Aber naja gut. Jetzt bin ich halt ein bisschen krank und... Hab halt ein bisschen Husten. Hab halt ein bisschen kratzigen Hals. Aber naja. Was soll's, ne? Das heißt. Dankeschön fürs Zuschauen. So. 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 Bis zur nächsten Folge. Und tschau tschau.